Mein Name ist Harry Kresin, ich bin der Gründer und Geschäftsführer der Fett und Zucker Filmproduktion. Uns gibt es seit 2013. Wir machen Filme für Unternehmen, fürs Image, zur Erklärung oder wenn man Mitarbeiter sucht zum Beispiel. Warum ist Film für Unternehmen so wichtig? Unternehmenskommunikation hat sich durch die Digitalisierung radikal verändert. Was man früher ausschließlich mit Printmedien, wie zum Beispiel Anzeigen oder Katalogen gemacht hat, funktioniert heute nicht mehr ohne digitale Inhalte. Wer da als Unternehmen nicht mitmacht, hat es schwer sichtbar zu sein. Heute wollen die Menschen Informationen konsumieren. Das effektivste Medium dafür ist Film. Wir machen aus Ihrer Botschaft ein Erlebnis und lösen so beim Betrachter Emotionen aus. Dadurch bleiben Ihre Inhalte besser in Erinnerung. Kommunikation 2017. Wir machen Filme für Unternehmen.